Viratolasana, wörtlich die Heldenwaage, die Heldenbalance, ist eine Stellung, die besonders gut ist für die Fußrücken. Sie hilft auch gegen kalte Füße. Ausgangsposition ist der Fersensitz, der ja auch als Virasana bezeichnet wird. Obgleich wir bei Yoga Vidya diese Stellung als Vajrasana bezeichnen und der Virasana ein anderes Asana bezeichnen. Trotzdem Dharma Mitra in seinem Buch 608 Yoga Stellungen bezeichnet den Fersensitz als Virasana. Und aus dem Virasana kannst du dann die Knie heben und dann die Hände entweder auf die Knie geben oder auf die Oberschenkel geben oder vor dem Brustkorb geben. Und dann ist das alles Tola, eben eine Waage. Und deshalb Viratolasana oder auch Tola Virasana, die Heldenwaage.